Yavin ist die nächste Map. Arena. Genau, aber Montag steht hier nur Yavin 4. Also, ich finde, das ist die schlimmste Map. Ich mag den. Also, Jabba's Palast kommt am Ende auch noch. Ach, ich finde den. Und Dings spielen wir ja auch noch mal. Wolkenstadt. Spielen wir ja auch noch die zwei Maps. Das sind die letzten beiden, die wir spielen. Ich finde den Ladebild schon mal um. Ach, gibt's auch noch zwei von der Wolkenstadt? Ja, ja, das sind die... Eigentlich sind es die ersten beiden in der Liste, aber die haben wir ja testweise schon gespielt gehabt vorhin. Und deswegen sind es die letzten beiden. Ja, stimmt. Da konnte ich leider nicht mein Ding einwenden. So, aber wie schnell sind die da unten schon wieder hier? Weil die Jetpacks haben. Haben wir wieder nicht. Hat wieder keiner. Ey, jetzt ist der bei mir drin. Ich kann alle machen mit Wachen. Hallo. Aber sie hat sich geschafft, ihn einzunehmen. Ist das? Ich kenne sie nicht in der Mitte. Ich bin da noch einen Platz frei. Sein Panzer, wenn ja bitte, gib mir... Jetzt haben wir es aber eingegangen. Ah, ja jetzt. Da fliegen wir alle vor Freude. Wachenbursche hat mich getötet. Ich brauche Rachen. Ich habe dich getötet? Echt? Ja. Ey, Junge, ich stehe ganz oben auf der Rache-Liste gegen mich. Irgendwie steht hier jeder auf der Rache-Liste gegen mich. Ihr müsst auf Sternenmachens-Liste stehen. Alter, was kommt das Lieder? Was ist Lieder, was da von Himmel immer runterkommt? Ach, so, ja klar. Hehehe. Orbital-Strike. Jajaja. Orbital-Strike. Orbital-Strike. Jajaja. Da kamen die Sniper. Da kamen die Sniper. Da kamen die Sniper. Und da ist gerade unser Spinn-Duride da umgegangen. Ich habe den ersten Mal gespielt, aber nie. Ja, den habe ich gerade kaputt gemacht. Die Käpt'n schon wieder an unserem Spawn. Hey, ich bin so leid. Hey, wer hat mir meinen... Oh. Wer hat mir die getötet? Sorry. Immerhin hat mir den Kommando-Punkt unten kurz. Ja, Woll. M&M habe ich erledigt. Jetzt gibt es hier keine Schokolade mehr. Stern-Drache. Nein, aus. Nein. Bei M&M gab es auch die Nüsse. Gott. Hast du ja vielleicht doch einen Versuch, aber heute nicht. Ach, Mann. Oh, verhinsch. Habe ich Drambusch getötetet? Nein, habe ich nicht, Manu. Zu blöd. Ich lass mich einmal gekäst. Ich lass mich mal aufgeben. 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 Aber es ist sehr angenehm, übrigens finde ich, dass wir mit Passwort spielen, weil da kommt immer irgendwelche komischen Leute rein in den Raum, wenn ich schreibe irgendeinen Scheiß und machen Werbung oder so. Ja, ja. Let's wie Gronkh. Ja. Genau wie beim letzten Mal. Die Käpt'n habe ich auch. Verdammt. Hab dich nicht getroffen. Jawohl. Hey, wir haben Ausgleich momentan. Wir machen die ganze Erde, wenn irgendwo... Also bei dieser... Hey, wir haben uns... Wir könnten gewinnen, denn wir könnten gewinnen. Wir haben mehr vor. Ja, ich... Ich mach mein Bestes. Ja, ich auch. Ich bin neben dir. Ich bin an deiner Seite, Lenn. Das weißt du doch. Jawoll. Wir haben... Wir haben nur noch einen Spawnpunkt. Das gewinnen wir auf jeden Fall. Die haben keine Chance. Wir machen sie fertig. Mine! Ich hol die Lieder. Wo? Auch da. Genau unter dir war sie. Hallo Lenn16. Hallo. Wir suchen den Hintergrund zu holen. Jungs. Die wollen ihren zurückhaben. Die wollen ihren zurückhaben. Ja. Spawnen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt verlieren wir grad beide, ne? Ja, nicht so geil. Richtig so. Nein. Gar nicht richtig so. So schaut's aus. Aber wir führen zumindest noch momentan. Doch. Alter. Ja, noch. Raus durch die Mitte! Die verlieren halt permanent Leute. Das ist gut. Ey, ich hasse die für Lab. Ich nicht. Wenn ich gewinne mag ich nicht. Aber das wird jetzt mal richtig klar. Ja, das ist erstmal. Aber vorhin beim anderen Spiel sah's auch nicht so schlecht aus. Aber irgendwann kam richtig krass plötzlich der Wechsel. Ich muss ihn töten. Ich mein. War gar nichts mehr zu holen. Ich hab. Ja. Ich hab die Nance nicht. Ja. War nicht das erste Mal vermutlich. Doch eigentlich. Ne, eigentlich. Das zweite Mal. Ich fahr' nicht an Drachen. Bei der Dragoncraft, der ist echt vorbildlich. Der bleibt dort dran sitzen und der ist. ich wollte nicht hier sparen er war es war er hat verloren ja das war ich ganz alleine die neue so kann dann was er hat das war ja dann wie noch ein Sporn plötzlich das ist eine gewendet sich immer und dann ist alles vorbei das kann man jetzt nicht mehr zurück und er hat das war das war die Teamarbeit ich sehe nicht mehr so spät kann ich nicht mehr aber ich habe gerade reingenommen mehrheitlich ist unmöglich in der Karte die Beobachtung das ist doch ein komischer Kälter der Werbung im Grunde das Bezahlt vom Foto Jota genau hat sich hier eingeschmolzelt Prozent ein Feind von Wolkow das ist ein Verband Nein er liegt mit einem neuen Ort und die die Replik für alle zu Jota genau also er hat wieder vor sich und das ist so krass wie das hier wechselt aber irgendwie nie wenn wir sind dran sind oder Gegner dran ist dann wechselt plötzlich ja drachenbursche da kommt es drachenbursche Pech dann wieder dazu wir waren mal ganz kurz hinten ja ihr wart doch hinten wir hatten alle Kommandopost mit dabei glaube ich sogar Action Buhr an dieser Nauer alle mit auf eine gefühlt wie eine Mine hinzufacken eine Mine hey ich hab auch noch einen Kommandopost mit eingenommen 2 zu 40, 1 zu 0 ja schöne Spiele aber wir haben uns tapfer gewehrt das war Pech das ist der drachenbursche Fluch drachenbursche Fluch ja drachenbursche hat sogar 2 eingenommen ja ich hab 2 eingenommen du warst jetzt besser als ich war zweitbester bei uns im Team also ich hab mich bemüht ich bin Panzerkiller und Staatsfeind ihr hattet Sternendrache, der hat den Unterschied gemacht, der hat 36 Kills gemacht das war genau der Unterschied doch, ihr war mal wieder vor ihr habt 37 Unterschied, habt ihr gewonnen und 36 Kills hat Sternendrache gemacht Berndrache war mal nicht Staatsfeind ja, hat möglicherweise auch ein bisschen geholfen so, Jabbar Palast ist die nächste Map ja man ich hoffe ihr habt alle Patch 1.2 aber ich glaub sonst könnten wir gar nicht zusammenspielen die Map gibt's erst mit Patch 1.2 ok, bei mir war die eigentlich schon von Anfang an 1.2 gewesen ja das Spiel ist teilweise schon von Anfang an auf 1.2 gepatcht also meine Version ist mein Spiel ist auch schon 1.2 gewesen deswegen hat der Patch auch nie funktioniert richtig ich glaub genau, dann kommt mein Spiel glaub ich nicht mehr starten, oder? wenn ihr dann den Patch installiert habt ne, einfach nur gesagt installieren die das Spiel doch mal erneut ja genau, das mein ich ja ich glaub ihr habt Battlefront 1 auf der CD und Battlefront 2 auch ja ich auch oder funktioniert eigentlich alles ein Mann frei ich hab's gecrackt oh ganz offen und ehrlich ja, er spielt ja nicht mal mit er hat ja nicht mal aber pfff ich muss weiter sagen ja, willst du überhaupt noch auf der Playstation spielen? also ich mein auch mal es noch online spielen können ja, la, ich weiß schon, du wir machen eine LAN-Party mit Playstation, alles zu sagen ja, ich hab's gegen mich, das find ich nicht nett ja, wir führen ey, wir haben Handzulauf unserer Seite was? naja, wir haben dann aber wo war ihr habt einen krassen Vorteil hier, weil ihr Granaten habt also die normalen, also eure normalen Truppen wir haben Raketenwerfer ja, aber die machen nicht so einen Flächenschaden und in der Map ist Flächenschaden ziemlich, ziemlich geil du möchtest sagen? die nehmen ja auch einen, ne? nicht in dem Spiel, also die Raketen, die die im Reine Typen hier haben, machen fast keinen Flächenschaden ja, das ist richtig ekelhaft bei denen der muss perfekt treffen, sonst machen die Dinger keinen Schaden das ist gut aber, das ist irgendwie so die einzige Web, in der noch eine andere Fraktion quasi mitspielt ja, ne komm, kommt ein ne es gibt ja auf Nabu noch die Gungens, es gibt die Tasten, also auch ja, die nehmen jetzt nicht wirklich aktiv irgendwas ein und sind gegen alle ja, ok, können die was einnehmen? die Tasten, die Tasten nehmen schon aktiv ein ja gut, aber die, die stehen dir als nur rum die Tasten, ja, aber die nehmen doch nicht ein, oder? die stehen dir als nur rum ich hab Sternbrache gekillt wuuuhu das ist der Ballkommando Post dass ist der Ballkommando Post das ist der Ballkommando Post das bringt uns momentan auch nichts doch das bringt mir auf dem Kommando Post das bringt mir gute Laune, das reicht mir nach raus ja agg First obwohl ich ganz viele ja, wenn ich mir für die 20 waren, hab ich mich gekillt das hast du gut gemacht Oh, man sieht die Nrenko sind das ist auch gut, siehst du ne gute Nachrichten Dortmund liegt 2-0 hinweg gegen die Beine. Dortmund liegt 2-0 hinweg gegen die Beine. In der ersten Minute das erste Tor. Oh nö, ich bin beim Rankle reingepackt. Oh sorry, sorry, wenn ich da gerade geteamfeldt habe. Du bist mir genau in die Rakete reingelaufen. Der Sterndrach hat sich selbst getötet. Wie liegen wir eigentlich noch vorne? Und wie lebt der MM noch? Fragende. Das muss ich leider sagen. Wieder. Ich bin in eine Mine gelaufen. Eine Mine? Wie führen wir? Lass mich machen durch, ich möchte zum Rankle reingepackt. War doch schade. Lender-Ole-Tänzer. Lender-Ole-Tänzer führt schon wieder. Aber Lender-Ole-Tänzer führt schon wieder. Ich dachte, das war nur Österreicher. Tanzen. Was ist denn los? Was ist denn da los? Von hinten. No. Und von vorne. Von überall eigentlich. Und von hinten. Oh mein Gott. Die Stürmen. Lass sie nicht stürmen. Oh mein Gott. Man sieht überhaupt nicht mehr wo. Nein. Jetzt liegen wir auch endlich wieder hinten. Denn alles gut. Ja. Und wir haben keine Kommandopunkte mehr. Wir haben keine Kommandopunkte mehr. Ich versuche gerade einen einzunehmen. Okay. Wir sind gerade zwei Kommandopunkten dran momentan. Ach die. Ja stimmt die. Nein Len. Meine Fresse. Nein Len. Nein Len. Dog Dragon. Nein. Jawohl. Ja wir haben ja einen. Wir haben ja einen. Nein. Die Laune halt. Ich bin auch wieder dabei. Ab. Ja. Ja. Ja roll Sterndrahe ist wieder tot. Ich wollte da runter. Aber die ist wohl auch von der KI getötet. Ha. Aber die halten Spice. Ja ich hab das noch bekommen. Ich glaube ich würde mich als Sterndrahe schämen. Wenn ich von der KI getötet werde. Ja die Kameraden halt halten richtig viel aus. Der Renko hat grad schon wieder welche gegessen. Oder frisst gerade einen von der KOS. Das kann doch nicht schmecken. Ha. Da beißt du ein bisschen. Ja klar. Da beißt er. Da beißt er auf Metall. Das ist halt Levolution. Levolution. Ja. Oh Levolution. Da freu ich mich auch bei die Frontfahrt. So ein bisschen. Das wird geil. Also ich meine Stowers mit Frostbite Engine. Ah. Der kann gar nicht schießen. Der kann. Der kann. Der kann wieder davon. Von dem neuen Battlefront. Was rauskommen soll. Nächste Woche soll ja ein neuer Trailer kommen. Und ich. Weil. Ich hoffe mal nicht das es einfach nur so ein Battlefield im. Star Wars Setting geht. Doch genau das hier. Ich kann durch den Rekord nicht sterben. Das hoffe ich nicht. Und ich hoffe das sie trotzdem auch noch. Ich kann so sehr rum das ich durch den Rekord nicht sterben kann. Ja. Na ja. Die müssen ja mit bei sein. Das war ja. Ich wollte ja auch DLC rausnehmen das zu Episode 7 dann hinführen soll. Na. Hä. Deshalb wird es wohl was von allen werden. Ich bin tot. Ja. Eine schöne Kampagne. Ich bin ja den neuen Episoden noch ein bisschen skeptisch. Woll ich. Na ja. Disney. Ich hoffe mal das hier. Nein Sternbrache. Ja Sternbrache gekillt. Wuhu. Meine beste Map. Disney The Avengers. Ja. Ich sterbe es ist schnell. Ich bin ja verregelt von Girl. Ja. Ja. Ist halt den vierten. Aber ja. Ja okay der vierte der zählt nicht. Der zählt nicht. Das ist nie passiert. Mal hoffen. Oh fuck. Ich hab den gefällt. Sorry. Ich will dir das umsetzen. Okay. Jetzt sind wir wieder quitt. Weil um was es da geht ist ja eigentlich klar. Ja. Oh Wunder. Oh Wunder. Oh Wunder. Ja Sternbrache war gegen uns. Es lag nur daran. Ja ja. Ja ja. Egal. Also mir ist echt aufgefallen in jedem Team. Drachenbursche ist immer schon geworden. Drachenbursche ist immer schon geworden. Psst. Hab ich nicht gehört. Schweinerei ist das. Schweinerei. Es ist ein Mythos. Ja. Es ist Drachenbursche. Der Drachenbursche Mythos. Aber die KD war positiv. Die nächste Map ist Bestband. Ja die erste beste Map. Die vorletzte Map. Die wenn in dieser Aufnahme Session spielen werden. Und die eine Session wo du bis jetzt gewonnen hast. Session. Das ist ja schon vieler. Echt? Das war nicht nur zwei Stunden bisher ne? Echt? Ja. Ja wenn es nur zwei Stunden war und alle noch Bock haben dann machen wir es einfach so dass wir jetzt die anderen Map auch gleich gleich alle noch dran spielen. Das Drachenbursche. Das war die einzige Map wo du bis jetzt gewonnen hast. Ja also ich mein mit anderen Maps dass wir sie alle nochmal im anderen Modus spielen. Ja. Versuch mal. Dann join ich aber neu auf den Gameranger. Aber ich will nur noch Drachenbursche spielen. Ich verständlich. Das war die einzige Map wo Drachenbursche bis jetzt gewonnen hat. Was ich mache wenn... Wir werden es ja sehen. Ja wir werden es ja. Wenn du mit Drachenbursche trotzdem im Team bist wenn du nochmal neuer Fähigkeiten teilst. Du zieht. Oh ich hab einer aus dem Geschütz rausgeschossen. Dann schade. Du zieht ihre Möglichkeit. Achja bin ich mit Drachenbursche im Team? Ja. Bitte 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 bitte. Ah Hilfe. Ich werde mit Teilen beschossen. Mit republikanischen Kanonenbrotalen. Ich mit Drachenbursche im Team ja. Ja Len. Der Sterndrache fliegt schon wieder. Fliegt nur der Sterndrache. Du sollst nicht fliegen, du sollst Kommandoposten einnehmen. Jawoll. Kommandopost. Sieben gilt schon. Ja. Da lacht die KD. Ja. Unfassbar doll. Ja ich wurde abgeschossen. Mit einem Sternbrachen muss ich noch ein Wörtchen wechseln. Dir müssen wir alle drei Wörtchen wechseln glaube ich. Wir haben hinten übrigens einen Kommandoposten verloren. Wir nehmen mich grad wieder ein. Vorne stürmen wir. Was? Was? Nein. Immer von dem Fuß. Was ist gemein. Ach schon wieder Luft. Das wollte ich mich vorstellen. Ja immer mehr. Immer die Arschlochtechnik. Ja immer da. Die Sterne nehmen unseren Hauptpunkt. Kommandopunkt 1. Tja. Tja. Ja nix tja. Sterben ist hier jetzt mal angesagt. Geil. Ich will die erste Führung sein. Geil. Jawoll sag ich doch. Wo ist die Sterndrache A? Die Situation wieder zu viel da drin. Ich glaub's nicht. Nein. Der war auf einmal da. Der hat irgendwie ein drittes Auge am Hinterkopf oder was. Der dreht sich immer genau um wenn ich auf mich schieße. Der ich? Aimbot. Aimbot. Im Bett ist schon. Das wohl eher als das Auge. Nein. Ich verrat doch nicht alle meine Tricks. Du bist durchschaut. Nein. 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 Dreh dich mal um. Rassl. Meine Fresse. Das hat auch nicht mehr als Rollator funktioniert. Machen wir doch ne Challenge. Wir müssen immer nur nettes du Drachenbursche sagen. Das ist echt ne Challenge. Das ist schon vorbei. Aber danke fürs Mitspiel. Wieso war im gegnerischen Flieger ein Teammitglied von mir? Frag mich nicht. Ich bin so schlecht. Ich brauche frische Luft. Dann können wir die Panzer dir an deiner Tür vorbeifahren. Und jetzt schließt du nicht das Ding nach. So. Dann werden wir wieder Kommandopunkte eingenommen. Oh mein Gott. Wie schön. Finde ich schon. Ich mag Kommandopunkte einnehmen. Das gefällt mir. Ich auch. Nöp. Nöp. Oh. Zu hoch. Zu hoch. Zu hoch. Zu tief. Treffer. Aber nicht gekillt. Nein. Noa. So. So kann man sein Republikanisch uns Kanonenboot nennen. Arsch Noa. Hier bei uns ist eher alles eine MS Titanic. Ich bin im Flug. Flieger, Flieger, Flieger. Geht alles Team Bach runter. Nein, Flieger. Flieger, Flieger. Armano. Jetzt werde ich von oben erschossen. Kaum Johnny, nach bin ich wieder mit Drachenbursche. Der schießt denn da schon wieder auf mich. Der schießt denn da schon wieder auf mich. Die Dark Revenge erschießt mich schon wieder. Ich möchte Team killen hier. Das will ich gar nicht. Aber der schießt mich sonst. Heilige Scheiße. Zwei. Was? Der schießt immer noch auf mich, wenn ich ihm den Rücken zuwende. Ich sehe nicht mal den Sternendrachen und der killt mich. Ja, der ist halt richtig sneaky. Niki, sneaky. Sneaky. Sneaky Dragon ist das. Ich möchte noch werden den Transporter. Dich, dich, dich. Wo bist du? Ich weiß nicht mehr, ob ich in deinem Team bin. Ja, bist du. Das würde ich ja nicht fragen. Achso. Ne, ich versuche jetzt mal unseren Kommandopunkt vor Commander Rokodi zu retten. Wie von hinten. Wie von hinten. Hat geklappt. Hat geklappt. Ich bin ein Ziel erreicht. 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 So, Makras Talent. Das Gute kommt immer von hinten. Oder von oben. Na? So, dann nehmen wir den Superkampf Druiden. Zei für ein Gerücht. Wo bist du denn? Äh, Hauptkommand, äh Hauptspawnpunkt. Ja, warte, ich flieg hier rum. Ne, flieg du, ne warte ich habe mir einen eigenen Flieger. Ich habe meinen eigenen Flieger. Ich wurde egal. heute und dann wird da hat man mir ein Prozent nicht runtergeholt oder wollte eine er hat er er hat mich gerade runtergeschossen ich richtig alle heute sind Stolz aller mögliche richten ein wieder auch immer wieder untergeschossen ich war auf dem Dach und dann wird er sich mit dem Flugzeug geflogen nachdem du bist mit dem Walter auch sternen auf der Welt WDR! Der landet bei uns! Spawn und tot, instant! Und der Sternmacher! Und der Sternmacher! Und der Sternmacher! Immer wieder, immer siehst du den! Diesen Bildschirm, den kenn ich jetzt mittlerweile schon viel zu gut! Den kannst du nicht, was? Schnellereinste Runde ever! Schnellereinste Runde ever! Lenn, das geht besser, ja! Ich bin Verräter, wie das denn? Du Camper! 5 Minuten an einem Punkt! Das war wahrscheinlich die komplette Runde! Ja, nicht schlecht! So, dann kommt jetzt die... Beim ersten Durchlauf, die letzte Map erstmal, nach der Map machen wir eine kleine Pause! Ja, Pause! Pause! Pausenbrot! Pausenbrot, ja! Es gibt Pausenbrot! Wie lange ungefähr? Nee, nicht lange, nur 5 Minuten kurz! Also, jeder mal aufs Klo gehen kann! 5 Minuten Pullerpause! Ja, genau! So schaut's aus! Werbung! Werbung, genau! Werbepause! Ah, verdammt, falsche Klasse! Vielleicht geht's weiter, nach der Kamu! Werbepause ist immer vor den Parts! Wie nehm ich grade live TS! Ja, genau! Geht mal aus dem Weg! Boah! Ich konnte die ganze Zeit nicht schießen, weil die ganze Zeit welche VW standen! Der Kanal-Teller kommt aus Werbung! Ja, ich kenn das Gefühl! Ja, mein Kanal-Teller kommt von deinem Videos auf Werbung! Genau, Lesser! So muss das sein! Ich bin nicht beim Drachenbursche im Team! Was? Dann hast du jetzt mal Glück und kundest gewinnen! Was? Ich auch nicht! Wieso bin ich schon wieder? Wow, dann krieg ich erstmal eine Rakete in die Fresse! Lend, freu dich mehr! Party! Party! Ich kann endlich wieder gewinnen! Ja! Oh mein Gott! Ich bin so froh! Wenn die nicht gehört haben! Lend, ich bin in deinem Team! Ja! Sicher? Das Beste, was mir hier passieren konnte! Sicher? Danke, Lend! Ich weiß nicht, was mir je passiert ist! Danke, Shadow! Wie hab ich dich getötet? Hi, Lend! Hi! Den Kau ist gut so gut, ohne Trau! Oh, sorry! Den kann man nicht mehr heilen! Wahrscheinlich! Er ist unheilbar! Nein! Ich weiß nicht, wo es ist! Der Rakete ist! Der Rakete ist hier zu fliegen! Unter der Sniper bitte nicht snipen! Die Rakete war super! Doch! Diese Map ist snipen empfohlen! Warum? Ich hab ein Teammitglied getötet! Ich hab einen Kommandopunkt vorhin eingenommen! Schön! Bist du jetzt stolz? Nein! Erst wenn wir gewinnen, aber ich glaub... Stolz und voller Ehre! Verdammt! Ich glaub das dauert noch ein bisschen! Stolz und voller Ehre! Teamkill! Ach kacke! Wir liegen noch vier, sechs hinten! Was? Mal gucken, wo ich snipen kann! Wir liegen noch sechs hinten! Okay, es wird mehr! Was sieht denn anders aus? Ey, warte! Lauf! Team, wie die ganze... Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn! Ruhe! Zwölf, eh, dreizehn! Oh Mann, oh! Zwölf wieder! Ops, ey! Hey, wo? Naaaaaaaaaah! Doch! Immer schöne Höhste! Oh, sorry! Du bist ja genau reingelaufen! Sorry! Ich hab geschossen, du bist genau reingelaufen! Das war keine Absicht! Alles gut! Alles gut! Ja! Ich mach' ja keine Absicht in Teamkills! Noch nicht! Noch nicht! Noch nicht! So verzweifelt bin ich noch nicht! Aua! Nein! Die konnte an meiner Rakete ausweichen! Ich verkleide mich, schmuggel mich ins Gegner-Team und mach dann Teamkills! Nein, nein, nein! Und dann poliert das Team in dem ich einschmuggelt! Das war der Plan der Sache! Ja! 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 Ich kann wieder gewinnen! Ach, ich benutze mal die Corona! Ja! 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 Also bin ich bei Drachen-Busch im Team! Emma-Emmel Soldat! Ja! Das liegt doch nicht an mir! мотр! Nein! Die Granate! Ja, ich hab' wieder geiler! Ich hab' wieder geile! Blechböchin! Die Granate, die ich nicht sah. Dieser Weg. Wird kein leichter sein. Warum bin ich schon wieder tot? Warum? Weil ich gut bin. Dieser Weg wird karbonitisch und hart. Victory, oh my god. Dieser Schriftzug ist so geil. Somit hat's Drachenbuschel nur einmal gewöhnt. Werden alle Granaten mit dir einig sein. Ja, ich hab's geschafft in der ersten Auge noch hier kein einziges Mal zu gewinnen. Oh, Len hat zwei Kommande. Ich würde sagen, wir machen in der Stelle eine kleine Pause. Sehen uns im nächsten Part. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht mit euch sein. Ihr sagt auch nochmal alle Ciao. Ciao. Hallo. Leider ist auch dieser Part von Star Wars Battlefront vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du einfach auf das bereits laufende Video im Video klickst. Vorher würde es mich natürlich noch freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Dann wirst du in Zukunft auch keine Videos mehr verpassen. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.